Wir gehen rauswarten. Was? Aua! Hey! Oh, was ist hier los? Geht's? Oh, was ist hier los? Willi, sie wollte das Fahrrad bis in die Wohnung liefern. Ihr Fahrrad ist da. Wie verdient Swift zu ihr Dienst? Aber nicht direkt so, oder? Geht's? Oh, la, la. Das passt schon. Ach, du Scheiße. Das war nur die Wand. Ähm... Sorry, dass ich lache, aber wie das ausgesehen hat. Nee, das war Strub, ich komm gleich raus. Und ich hab's abholtern hören. Wärst du eine Sekunde früher rausgekommen? Da hat sie dich voll über den Arm gefahren. Ja, wirklich, das war genau... Oh, la, la. Die ist voll gegen die Tür geknallt. Die kommt da, fährt hier lang, hier hoch und dann voll in die Tür rein. Äh... Was war das denn? Bruno, alles gut? Ähm, ja. Soll ich mal... Ich ruf jetzt mal MD an, ey, das...